Huhu. Oh, der war saftig. Könntet ihr euch bitte in meinem Unterricht beherrschen? Wir sind hier nicht im Schweinestall. Das sind natürliche Gase, die müssen raus. Wir klären heute zu Beginn erstmal was Organisatorisches. Ist mir sehr recht, Hauptsache kein Unterricht. Ja, safe. Was machst du da? Ich hab ein Gesicht in der Kiwi geschnitzt. Wir lesen in diesem Jahr ein paar Bücher. Ich bitte euch Faust, Steppenwolf, Weizek, der Sandmann, Effi Priest und der Besuch der alten Dame zu kaufen. Das ist jetzt nicht der hier ernst. So viel hab ich in meinem Leben noch nie gelesen. Lohnt sich das überhaupt, diese Bücher zu kaufen, wenn wir sie eh nicht lesen? Stattdessen lieber shoppen gehen. Als nächstes kommt eure Datenschutzerklärung. Finn, du hast deine immer noch nicht abgegeben. Was bedeutet, dass du aus jedem Klassenfoto einfach rauszensiert wirst? Das ist zum Schutz der ganzen Menschheit. Jeder, der Fins Gesichter auf ein Bild zieht, würde sofort erblinden. Wer wie wer? Wer hat gefragt, Bon? Ich hab ein paar Blätter im Lehrerzimmer vergessen. Ihr wartet hier, ich geh die Blätter holen. Hast du jetzt meine Kiwi genommen und auf die Rückseite auch was reingeschnitzt? Ja, nur dass meins ein richtiges Kunstwerk ist. Dude.